Ein Mann saß in einer Bar und genoss einen Afterwork-Cocktail, als eine außergewöhnlich schöne und sexy junge Frau eintrat. Sie war so beeindruckend, dass der Mann seinen Blick nicht von ihr lassen konnte. Die junge Frau bemerkte seinen allzu aufmerksamen Blick und ging direkt auf ihn zu. Bevor er sich für seine Unhöflichkeit entschuldigen konnte, sagte die junge Frau zu ihm, Ich mache alles, absolut alles, was du von mir willst, egal wie pervers, für 100 Dollar. Unter einer Bedingung. Überrascht fragte der Mann, wie der Zustand sei. Die junge Frau antwortete, sie müssen mir in nur drei Worten sagen, was ich tun soll. Der Mann dachte einen Moment über ihren Vorschlag nach. Dann zog er seine Brieftasche aus der Tasche und zählte langsam fünf 20-Dollar-Scheine ab, die er der jungen Frau in die Hand drückte. Er sah ihr in die Augen und sagte langsam und bedeutungsvoll Maler mein Haus Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie für mehr.